so okay du bist als target wir haben 0,1 grad unterschied das ist völlig okay das heißt ich mache jetzt hier ein manöver das ungefähr da hinten hin das sollte ich auch irgendwo einstellen können genau max war macht daraus mal zwei ich kann sogar eintragen wie viele stunden du warten sollst dann warte stell das zurück auf 1 und dann war bitte ich würde ganz gerne da unten hinkommen und das ist 420 tage weit weg manchmal testweise 100 tage auto das heißt theoretisch müsste jetzt irgendwo hier oder so sturm weg strom weg und muss strom so oft weg theoretisch müsste jetzt hier hinten irgendwo aufhören zu worten und das kann man super nutzen um halt genau vorzufliegen vor so ein manöver machte geil okay unser manöver ist 301 tage weit weg das heißt ich mach mal 319 stell dich mal auf 300.000 nach autobob oh ist das schön das ist ein super mod für let's place spart mir irre viel zeit und das kann ja eigentlich jetzt gar nichts schief gehen theoretisch können jetzt auch auf 500.000 stellen weil er hört ja genau da wo er aufhören soll auf außer es glitscht jetzt irgendwie weil ich das da höher gestellt habe aber das hoffe ich mal nicht immer mit taste bremst ab super 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 mod okay du wieder klein dahin orientieren so jetzt von hand rest ranwoppen naja das passiert wenn man sachen von hand machen kippschub Mist so äh du ja spart mir jetzt ein wenig zeit okay ich muss nur aufpassen dass es da nicht irgendwie wegprutscht oder so da muss ich ganz schnell hier auf resumen hämmern aber auch das geht schneller das heißt ich könnte mir jetzt echt überlegen diese richtig großen missionen mal zu machen also wieder nach bock oder so das müsste mit dem tool hier ja ich relativ gut machbar sein oh resumen 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 so ich glaube den rest muss ich von hand machen sonst wandert mir das ding jetzt so sehr weg das ist ja auch schon fast da für die flagge hatten wir wie lange noch zeit aber wenn ich jetzt jahrelang damit verbringen kann ich einfach im kreis zu fliegen mit fünf millionen fachen mobfaktor solange sie eingefangen werde dann ist das schon ganz praktisch so hinterher 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 und aus und weg sieht sauber aus sehr schön was jetzt eigentlich machen könnte sich hier drauf und ich bin ich da bin ich und ich worte jetzt ein jahr 150 tage dann sehe ich ja wie sich das hier verändert hat also mach jetzt mal autowarp stelle das dann mal auf 500.000 wort man ja ist das cool wir sind wenn wir da sind ist er da ist er vor uns er ist hier völlig vermurkst da auch da sieht es gut aus nein falsche richtung abbremsen ich habe doch eben gerade in kontakt gehabt da ok einmal rum und da hinten das machen unser manöver ist in einem jahr und siebzig tagen und vier stunden ich mache jetzt nichts mehr von hand autowarp also jedenfalls das nicht mehr dann machen wir da unsere manöver und dann klappt das hoffentlich aber er kann recht genug abbremsen ja es ist ein computer der kann alles viel toller als ich so ein tag super war mal bitte vier stunden ja da ist ja auch ganz schön vorsichtig müsste eigentlich auch schneller hinbekommen wobei nicht mit diesen abstufungen hier das stimmt schon so cancel warp einfach warp ok gibt da hinten hin und gibt schub mehr schuhe und dann müssten wir eigentlich bald hier richtigen kontakt sehen und nicht nur diesen fake kontakt da ist ja sauber da klappen werde ich wieder auf gucken mal dahin zwei jahre 300 tage acht sollte ich mal auf eine millionen hochstellen untersuchen man kann auch die limits beeinflussen ist auch sehr praktisch für so eine atmosphären eintunk aktion zum beispiel komm ob 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 nein 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 warum weil es dahinter war wie weit bist du weg das ist wenn ich jetzt direkt auf dich zufliege ich habe noch eine menge treibstoff das war jetzt doof das war richtig doof da ist die sonne wo ist duna ich sehe duna nicht mal ach so ich bin noch sonne nicht target ok tu weg wechsel mal auf surface target so brenne ich jetzt zum ziel oder ne so brenne ich weg von der sonne äh irgendwo bist du das ziel ich glaube du bist das ziel da hinten irgendwo ist duna duna geht immer weiter weg das klappt ja auch so nicht oh closest close approach 164.000 nein was das gegending vielleicht da bis Richtung stopp 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 da immer noch mehr ja sollte aber geduld haben ich weiß wie schnell bist du gerade 7 8 und damit die sekunde schneller wenn wir jetzt 8 und damit die sekunde ich den schub gebe wenn man das auch nix ok ok du geh erstmal weg du hast Mist gebaut also ich habe wahrscheinlich beim eingeben Mist gebaut aber mhm das heißt ich war bis einfach im kreis für ein halbes jahr wahrscheinlich so was haben wir da 30 millionen wenn ich hier jetzt nein hier jetzt nein nein alles nix ich mache es einfach so ich nehme wo bist du da bist du ich nehme dich ich nehme dich und ich warpe jetzt max warp so mit 500.000 facher geschwindigkeit oder was 30 millionen ist hinter uns so jetzt ist er 27 millionen und immer noch hinter uns ähm ok ah 49 ne 40 das ist sehr komisch aber ich denke mal noch so 2 3 dann müsste er wieder da unten sein ja ich würde richtig gerne wissen was ich da falsch gemacht habe weil ich dachte das wären 2 Jahre und 400 Tage oder so echt komisch 27 wieder das Ding ist wieder vor uns mach mal hier lass mal kurz das Warp aus mach dich mal auf 700 ne ne nicht da so Punkt Enter raus klicken so ein bisschen schneller komm schon jetzt lande irgendwann da mal so ungefähr wo wir auch hin wollen oh das sieht sehr gut aus ok dann mache ich jetzt hier ein Manöver um das zu beeinflussen so das macht jetzt kein Computer das mache ich so neun Tage also theoretisch könnte ich es auch hier schon machen ja könnte ich gehe überhaupt runter ich gehe einfach hier auf Kurs das da sollte weniger werden weiter 2,5 Millionen los 2,5 Millionen 3,5 Millionen